Hör mal auf! Auftrag! Und eins, zwei, drei! Mo! Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Der hässliche Mo ist heute hier. Und ich hab heute schon länger kein Video mehr mit ihm gemacht, weil den ihr alle gar nicht so gerne habt tatsächlich. Es gibt in uns... Ich wollte nur kurz aufstehen. Achso, ne, kein Problem, klar. Es gibt in uns zweiten Part, oder den ersten Part eigentlich, von diesem Video, um mal aufzusehen. Mo ist nämlich mit einem Karton gehackt gekommen. Das ist nämlich alles, was er momentan hat. Weil hier läuft Fröhliches, hab ich gehört. Sie wohnen halt auch in dem Karton. Ja, das ist echt traurig. Thomas und Philipp, die zwei Berufsausten haben tatsächlich, Thomas, du hast nichts in dem Video zu suchen. Du bist hinter der Kamera eigentlich, Thomas. Die beiden haben heute gemeinsam hier tatsächlich für uns ein paar Sachen rausgesucht. Ich hab ja schon damals mit Dagi wie What's in the Box gedreht. Und ich glaub nicht, dass das Video... Lass bitte... Ne, mir geht grad ein bisschen das Blut im Arm. Das ist okay, damit du besser fühlen kannst. Das ist besser. Ich denk nicht, dass das Video mit Mo so viel Aufruf kommt, aber wahrscheinlich genauso mindestens halb so viel Spaß macht. An der Stelle würde ich sagen, wir fangen einfach an, Leute. Wir fassen gemeinsam in die Kiste rein. Ja. Ein Punkt Minus für dich. Minus eins, eins, null für mich. Super. Trotzdem verloren. Und da muss man ertasten, was da drin ist, meine Freunde. Thomas hat wie gesagt Sachen aus dem Ufo gesucht. Das können natürlich sein, dass der ein oder andere Sch*** von Dena, den er hier abgelassen hat, auch da drin ist. Genau. Man weiß es nicht. Und wenn ihr wissen wollt, wieso da Farbe und Salz drin ist, ne, also... Dann schaut unbedingt bei Thomas das Making-of-Video. Ne, bei Mo. Ach ja, bei Mo das Video. Ganz genau. Hier ist der Link. Mo, jetzt. Und Augen zu. Okay. Also wir haben hier mal exquisite Produkte hier am Start. Mal gucken, ob ihr wisst, was es ist. Und ihr könnt Augen aufmachen. Und in 3, 2, 3, 2, 1. Und jetzt... Butter, Butter, Butter! Käse! Kräuter, Butter! Ja, Butter. Oh, iiiiih! Der M***er nimmt das immer so in die Hand und krallt das noch so fest. Aber... Warte, ich hab was vergessen. Es ist verranzte Butter. Menschlich gesinnt, ziemlich abstoßen. Bah, du W***er, Alter! Mein Junge! Du Kacke, Alter! Ich wollt gerade noch sagen, Junge, vielleicht will ich damit noch was kochen, aber ich glaub, damit werde ich nie was was kochen, oder? Die war abgelaufen. Ja, so wie auch dein befristeter Arbeitsvertrag an der Stelle dann, Thomas. Denn die ist schon am 3. 2018 abgelaufen. Ich weiß auch nicht, wieso wir fünf Monate abgelaufen sind. Wie gesagt, an der Stelle ist dein befristeter Arbeitsvertrag hier auch abgelaufen. Thomas, du kannst auf jeden Fall wieder zurück nach Bayern gehen. Danke dafür an der Stelle. Okay, tschüss, ich mach deine Kamera aus. Super. Okay, jetzt. Warte, deine Augen zu. Augen länger zu. Fester zu drücken, bis die Blut ist Mo. Okay, können wir? Ja. Und... 2, 2, 1. Äh, Staubwede. Herr Rücke. Ja, Mo. Ah, Paluten! Ich hasse das, Paluten lässt über seine Haare liegen, weil er hat eigentlich... Leute, ihr wisst das gar nicht, Paluten hat eigentlich eine glatze hier im Bild von ihm. Okay, das nächste Teil ist... 2-0. 2-0 für mich. Für mich. Okay. Okay. Wenn der Gomm im Mond angeht. Lauf in dein Leben, wenn der Gomm im Mond angeht. 10 Liter nebenwetter. Augen zu. Augen zu. Und durch. Okay, ich kann gucken. Jetzt lass mich das gewinnen, okay? Wir machen es halbe halbe. Ich schneide mich rein. Ich tue so, als würde ich so vorbei. Ja, wir machen... Okay, wir breiten uns beide vorbei, ja? 1, 2, 3. Kim, äh, Box. Gewonnen. 3, 2, 1. Da ist noch eins, da sind zwei drin. Stift. Edding. Edding, ja. Ja, Stift ist doch richtig, Digga. Stimmt, stimmt. Ja. Es sind sogar zwei verschiedene Stifte drin, aber nur ein Edding. Das ist ja nicht gerecht. Und der Loser-Tanz. Aber zeig mal am Ende. Guck mal, hier steht Loser mit drei O drauf. Wieder ein Name. Und dann heißt der Hormone wegen Loser. Und weiter. 1, 2, 3. Augen zu. Augen zu. Augen zu. Und... 3, 2, 1. Go! Schlappen, äh, Flip-Lop. Ja. Mo, ich hab... Hallo. Mo. Mo. Flip-Lop. Ja. Falsch. Mo hat's gewonnen. 3, 1. Eeeeee. Ah, das ist der, den ich immer einratte, wo ich Fußball hab. Ne. Ok. So, das hier ist, äh... Ja. Irgendwie. Genau. Das sind auch wieder zwei Dinge, die liegen direkt unter eurer Hand. Und ihr dürft, äh... 3, 2, 1. Go! Kerze. Verrücker wieder. Ne. Äh... Haargel. Nein. Was ist das? Sieh! Knete! Hä? 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 Ja. Hast du denn die Knete nicht gefühlt? Hey, warum ist da schon wieder Farbe drin? Oh, mein Jungs! Wieso da Farbe drin ist, erfahrt ihr im Moos-Video. Nein. Doch. Lass uns die Hände einfach abkneben, damit wir nichts mehr spüren. Ja, Thomas hat auslose in die Verrücker da reingekommen. Nein, Rivi hat die reingemacht. Ich hab die doch gar nicht... Das stimmt doch gar nicht. Das geht doch nicht. Also, weiter geht's. Wie viel steht's? 3, 2. Für mich. 3, 3, komm. 3, 2. Ok. Ok. Und los. Ah. Oh, los. Auf geht's. 3, 2, 1. Und los. Ich hab's gesehen, das war Thomas an. Ja. Ok. 3, 2. Warnern wir jetzt. Ah, er war schon wieder zuerst. Ich hab nur mit Quickscoped. Er hat noch einmal gedippt. Ok. 1, 2, 1. Wo ist Hand? Wo ist Hand? Au! Lass doch los. Kerze? Nein. Irgendwas. Philipp? Ein Finger! Ein Finger von Halloween. Wie soll ich denn das? Das ist unfair. Nein. Ich weiß ganz genau, was hier im Ufo sich so anfühlt. Das ist der Finger, den Paluten sich an Halloween immer in den Popo gesteckt hat. Oh. Lecker. Das geht zu weit. 4, 3. Für mich. Ok. 4, 4. Was? Nein. 4, 3. Stopp. Oh. Nicht so laut. Ruhe. Ruhe. Guck mal, der Rift. Geh mal richtig nah an. Stopp. Wir müssen ganz kurz was machen, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Ah. Papierschnitt. Oh. Egal. Wir müssen die Box ein bisschen verstärken, damit es besser hält. Wir machen jetzt nämlich eine Hälfte. Sein Blick. Mo, komm mal her. So. Klebt jetzt deine eine Hand, klebst du jetzt hier fest. Ja. Klebt deine eine Hand fest. Ja. Klebt deine... Hä? Was bringt das? Dann hast du nur eine Hand und kannst mit der anderen nicht nachfühlen. That doesn't make sense. Das reicht. Ein Finger. Ok, gut. Können wir weitermachen? Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen erst durchgeführt. Wir sind bereit. Habt ihr Warnweste? Mo, kannst du noch kurz... Nein, wir können nicht weg. Wir sind fest. Ja, stimmt. Ja, okay. Hallo. Stopp. Das ist zu gefährlich, wir bleiben hier. Stopp. Ah, ich für 1,8. 1,87. Für mich. Falsche Hand. Augen zu. Ja, ich hab die Augen immer auf. Ähm... Augen auf! Das Leben geht weiter! Bautum! 3,2,1 und... Achso, ich muss ja andersrum. Ok. Auftragen. Und... 1,2,3... Mo, Mo, Mo! Au! Bist du behindert, Junge? Du hast gesagt, ich soll krasse Sachen reinmachen. Hast du die Heroin-Spritze noch da drin? Äh, ich hab's errat mit Messer. Du hast noch nicht gesagt. Hä? Du darfst doch kein Messer da reinlegen. Hä, warum? Hab ich geschnitten? Ah, ein Plastikmesser. Tschüss. Ok, war nicht echt. Hab ich echt geschnitten? Oh Gott, dein Finger geht ab. Was wär jetzt gewesen, hätten wir beide wieder so... Dann wärst du gestorben. Ich stell vorliegen, da ist okay. Finger drin, du nimmst Finger. Finger! Ha, 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 ha. Mo blutet so. Alles, weil er blut. Leute, das war natürlich nur ein Plastikmesser. Macht da keine Sorgen. Wir sind mich laut Gesetz gar nicht berechtigt, hier im Ufer echt gewartet zu haben, weil... Messerkabel, Schere, Lichter, so kleine Riewiese. Augen... Augen sind da drin, hat er gesagt. Augen auf, weil Berufs war... Geht auch nicht. Ok, 3, 2, 1... Dürste! Farbe! Öh! Farbe! Ihr müsst wissen, was drin ist. Lack! Farbe! Nein! Mo muss auch mal rein. Iiiiih! Meerrettich, kalt irgendwas! Meerrettich! Iiiih! Bah! Bah! Ich hab einfach geraten! Oh man bin Meerrettich im Kühlschrank! Ich hab nur die Verpackung angepasst die ganze Zeit. Ich hasse mich! Das ist gar kein Meerrettich, das ist Taschenmuss! Ehm... Einfach Finger bitte abschleiten! Das Geile ist eigentlich, dass alles, was im Ufer ist, einfach abgelaufen ist. War das auch abgelaufen? Ja! Augen zu! Augen ausstellen! Ja! Ok! 3, 2, 1... Käse, Maske! Nein! Facemaske! Käse! Käse! Jeanne! 2, 1! Eure Ah, das ist... Ne, ich weiß es! Fehl du! Nein, das ist ein Gumm... Gummiball! 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 Gummiiiiiii... Au! Ist das Gesicht gehauen? Gummii! Oh, jetzt war's. Au! Ja, komm, Junge. Mo! Komm jetzt! Junge! Komm, ich hab mal mit! Okay, auf jeden Fall. Au! Okay, stopp. Augen zu, Mo. Warum lacht der Philipp wieder so scheiße? Uah, da kriegst du voll den Brechreinz. Ich hab jetzt zwei Sachen, aber die muss ich noch vorbereiten. Okay. Jetzt kocht der so ein Drei-Gänger-Menü. Dann müssen wir so erfassten, was das ist. Okay, also. Boah, Alter! Bist du verrückt? Ja, wieder jeweils eins. Super Räuchermann. Drei, zwei, eins. Das ist ein Kaugummi, du Ge***er. Mo! Das ist ein Kaugummi, Alter! Hä, hier ist nix! Da ist Mo, bist du... Da ist immer rum. Das ist ein Kaugummi! Okay, das ist ein Kaugummi. Ich wollte nur, dass Mo es auch haben. Komm, W***er, Mann! Weil mir war gar keiner, oder? Doch. Wer von euch beiden hat den Mund gehabt? Philipp. Ne. Augen zu, Augen zu, Augen zu, Augen zu. Wir haben hier einmal dieses wunderbare Produkt. Ihr kriegt so eklig, Alter. Meiner nicht. Boah, Jungs, was macht ihr hier ekel davon? Das stinkt. Bah, was ist das? Das ist ja recht gut. Lass dir mal ein Geruchsloch reinkratzen. Gucken, wo du die Nase... Drei, Zwei, Eins! Farbe? Nö. Seife? Nein. Haargel? Nein. Kleister? Nö. Kapetenkleister? Leim? Butter? Nö. Gleitgel? Nein. Das ist so eklig. Creme? Sonncreme? Duschgel? Nö. Sonncreme? Duschgel? Es ist zu komisch, da kommt keiner dran. Tut zu gut, oder? Putzmittel! Nö. Aber es tut zu gut. Es ist nicht zum Putzen da. Waschmittel! Ja! Hä? Ja, dieses Reisewaschmittel. Ja, genau. Das sieht aus wie den Nachbergheim, Alter. Das Haus hat doch gut getan, dieses Berühren. Nee, für mich war das echt eklig, weil ich habe sehr viel körperlichen Kontakt mit anderen Menschen. Du halt nicht. Klar, dass du das hier brauchst? Und Augen zu. Okay. Und... Augen auf. Und... Drei, Zwei, Eins. Meine Sonnenbrille. Ja. Ey, das ist so unfair, weil ich... Hab's noch nicht mal getroffen. Absolut. Ich dachte, du hättest meine echte Sonnenbrille reingetan. Ich hätte die... Zwei, du hast eigentlich einen Haustüno ab. Achso. Hä? Echt? Ich hab gesagt, meine Sonnenbrille, dann hab ich sie rausgezogen. Nee, das hätte ja was anderes sein können. Er hätte noch nicht mehr zugestimmt. Er hat halbe halbe. Also, ich würd sagen, hab ich den Punkt? Augen zu. Augen zu. Okay. Ich sehe nichts. Augen zu. Ich sehe nichts. Okay. Nein! Hä? Er war schon fast. Da wird endlich gerült. Wie? Das stinkt so alt. Was ist das? Hast du das gerade, was so stinkt? Oder ist das das Ding hier? Ich bin das. Drei, zwei... Ja, ich muss jetzt noch viel hin aufgehören. Hast du Wasser? Nein. Deo, Glaswasser? Ja. Wie kannst du das? Hast du das einfach jetzt umgehauen? Oh, tipps. Okay. Der Verlierer muss das Ding hier trinken. Ab jetzt aus dem Karton. Aus dem Karton. Der Verlierer wohnte im Karton für zwei Wochen. Oh Gott, das läuft hier alles runter. Das ist natürlich schön, dass wir Leute haben, die das alles organisiert haben für uns und dann auch an der Stelle aufräumen. Weil ich muss nämlich jetzt in den nächsten Drehreihen. Danke dafür, lieber Thomas. Ne. Leute, das war's für ein wunderschönes Video. Schaut euch mal den zweiten Teil bei Mu an. Ja. Wir können halbe halbe machen. Also den anderthalbsten Teil. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und immer schön die Hände sauber machen. Tschüss. Ich geh jetzt mal nicht sauber. Tschüss. Mach's sauber. Nein.